steine können auch gebrauchen ein bisschen ja der alte mann ist wieder unterwegs wieder immer anders gerade beschäftigt ja die eine folge ist gerade online gekommen die hatte ich kurz eben gepostet deswegen was kann folge drei glaube ich das jetzt gewesen und dem 5er packt immer da gemacht haben steine sind gesammelt ich immer kurz verbauen hoi da ist ein kamin dann sollte aber dann würde ich eine garage bauen und das auto da rein stellen ich habe das aber nicht wenn man kibili rettet mit den bauplänen hier ist das auto ich glaube das muss ich bitte auf im in der Wutsteuerung und her Und ein Hund. Und ein Hund. Was es nicht alles gibt. Aber von Sicherheit ein Flachbild fährt sie aus Stück an. Oh, sorry. Ich habe dich nichts gesehen. Das kann passieren. Nee, ich habe die Dax um mich gehauen und sie war auf einmal da. Das habe ich aber nicht gesehen. Ich bin hier halt Stück am sammeln. Ja, weiter. Man kann uns den Stück mitnehmen. Ja, das ist irgendwie ein Baum. Ja, das ist ein Baumstamm. Das ist ein Baumstamm-Podium. Nichts rumgefahren. Ich weiß. Nein, da finde ich noch Holz dafür. Ich bin gerade nur Stück am sammeln. Ich bin Gesellschaft. Ich habe gerade mit vorbeigesandt. Das sind Herr und Frau Müller. Die kommen gerade zum Weintrinken vorbei. Oh, die haben noch mehr Superhebe gehabt. Frau Müller, ziehen Sie sich bitte mal was an. Geil, ne? Ich muss hier weg. Die sind aggressiv, die Nachbarn. Die sind scheiße. Dämlicher Flanders. Ne, tut mir leid. Ich mag euch nicht. Ihr seid kacke. Ich wollte noch nicht den gesamten. Ich habe hier, wie ich ein paar Şey, Ich mache hier einen sehr, ganz gut wie viel Spaß gemacht. Ich habe hier gesagt, einfach mal, ich habe jetzt schon. dass ich hier bei mir gesund range. Ich habe es hier ein sehr viel, und ich habe es einfach etwas Idee, Ich habe es Ihnen dann auchissa Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe ihn gerade irgendwo gesehen. Da. So. So. Bleiben wir links noch, ne? So. So. So, okay? Oder noch weiter? Okay. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, gerade so. Das müsste eigentlich... Er kommt schon wieder, habe ich ja angerannt. Ja, das sind die Mayas, die... Die haben... Irgendwie ist die Nachbarschaft ziemlich aggressiv hier. Sie beobachten mich irgendwie. Ja, eine kleine Spanne. Die Mayas, die Müllers, die sind aggressiv. Die anderen gucken nur. Oh. So. Ja. So. 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 Da hat jemand das Bett umgestellt, was ich da hingestellt hatte. Ja, ja, das habe ich gesehen, ich hätte aber noch ansehen gestellt. Warte mal. Ne, ich würde mich halt nur wie gesagt, alles gut, nichts passiert. Oh, warte mal, ich habe was. Na ja. Ach, wir haben nur die Meiers um die Strecke gebraucht. Na, die... Ich würde da einen Garten hin tun. Oh, ja, die Tür, die habe ich nicht gesehen. Ich hatte nur so ein vernünftiges Ex hin gesucht, wo ich ihn gar... Ne, ne, irgendwie war das nicht so, die... Ich habe die Tür tatsächlich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Oh, ja. Ich habe noch das Baum aufgegriffen. Und du verreckst jetzt da hinten gerade. Ich habe mich gerade wieder ein bisschen... Ja. 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 ja ja Ich dachte, was läuft da hinten jetzt? Was ist denn du hier? Tief. Er hat ein bisschen Baumstämmen. Das soll vorkommen. Nee. Kleid mal den Paar in den Pavillon, damit der fertig ist. Da fehlen nämlich noch irgendwie 2-3 Stück danach. Genau. Alles in den Pavillon. Ja. 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 Es ist so. Ja. 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 Da haben wir alles fertig. Wir können Garten vielleicht. Wir haben hier den Garten noch. Ich weiß nicht, ob wir da was sehen können. Hier ist ein Reh. Falls jemand haben will. Wollt jemand ein Reh jagen? Vor mir steht eins. Ja. Das ist blöd. Es ist ein Alkohol.